Hier haben wir die Imalent MS12, eine super starke Lampen mit 43'000 Räumen. Jetzt sehr schnell zum Lieferumfang, wird hier in dieser Box mit einer Bedienungsanleitung. Hier der Ladeadapter und hat zusätzlich noch einen Tragegurt und einen Ersatzohrring hier im Paket, so sieht das Ganze aus. Jetzt zur Lampen selber, wie schon gesagt, 43'000 Räumen, eine sehr sehr starke Leistung. 208'000 Candela gibt hier bereits eine Reichtweite von um die 900m. Zur Bedienung haben wir hier einen Knopf, den Akku, den können wir hier als Ganzes demontieren. Zum Aufladen, jetzt sofort am Akku hier ein Ladeport. Wir können sie direkt hier am Akku einstecken und sehen, dass wir einen Selle, der aufleuchtet, wenn er voll ist. Hier um die 90 Wh, also schon sehr viel Kapazität. Zuschrauben bis Anschlag, mit einem normalen Klick die Lampe einschalten. Wenn wir dann auf dem Knopf bleiben, können wir die einzelnen Stufen schalten. Dann gehen wir bis auf die zweite höchste Stufe und dann wieder zurück auf die erste. Mit einem Doppelklick kommen wir direkt in den Turbomodus mit diesen 53'000 Räumen. Wird hier sofort sehr sehr hell. Die Lampe tut, wenn sie warm genug wird, aber gewisse Temperatur automatisch hier. Dann können wir den integrierten Kühler einschalten. Unter das die Lampe runterkühlen, damit sie nicht zu fest überhitzt. So sieht das Ganze hier aus. Was wir zusätzlich bekommen haben bei dieser Lampe, sind die Side-LEDs hier auf der Seite. Wenn wir also den Knopf eine Sekunde darauf bleiben, können wir sie so einschalten. Hier haben wir drei verschiedene Stufen. Mit dem 90er-Krieg können wir sie so durchschalten. Wieder länger drauf bleiben, um die seitlichen LEDs hier zu deaktivieren. Wenn wir die Lampe brauchen, sind hier rings und um die grünen LEDs ersichtlich. Wenn der Akkustang zu tief wird, können wir sie dann rot anverleuchten und so den Akkustang signalisieren. So sieht das Ganze hier aus. Jetzt ist etwas meist erklärt von dieser Lampe. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr gerne anrufen oder auch eine E-Mail schreiben. Dort findet ihr weitere Informationen auch auf der Webseite, in den Online-Shops. Eine Seite unter www.imalent.ch Oder die auch im Shop unter www.muelleraltor.ch Jetzt bedanke ich mich für's Zuschauen und bis zum nächsten Video. Merci. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.